Hallo YouTube und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode Season 1. Der Orden des Steins war es glaube ich gewesen und zwar werden wir jetzt weiter spielen. Wir sind in der letzten Folge genau hier stehen geblieben in dieser Stadt und ich denke mal wir müssen unser Ender Dragon oder Ender Drachen müssen wir bauen. So klar müssen wir denke ich mal. Andere haben auch schon was gebaut. Ich würde mir das vorschlagen dass das was wollen wir sehen. Ha, ha, ha. Look, it's the Order of the Losers. Again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at Endercon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. Endercon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Shut up. What's that? Jesse said, shut up. Do you need to hear it again? I don't know. Maybe. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Yeah, hör auf deinen Kollegen. Hey Jesse. Ja. Hey Petra. How's the bill going? Only time will tell, but we're optimist. Hey Petra. I forgot to thank you for that Netherstar. Hey Lucas, not a problem. Will you help these tools? For the right price? I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds are. Bring bei deine Freunde Manieren bei. Ja, ja. Ja, ja, ja. He's just trying to get in your head. Well, have you heard the saying, it's possible to be nice and win? Sounds like something a loser would say. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. The Warriors. Ocelots! 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 Whoa, Handshake? We don't have a Handshake. We'll just make one up. ich weiß nicht äh der Erbauf ähm die Kriegskriegerkraller und schon bin ich wieder nervös Ja, da haben sie recht. Packen wir es. Das Bauen beginnt. Jetzt! Schaut das schon geil aus, oder? Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Das sieht so cool aus. Wir werden das sicher gewinnen. Ich muss es sagen, dieser Endermann ist sehr süß. Gute Anrufe, Jesse. Da quillt aber gar keiner. Das gefällt ihm gar nicht. Jetzt hat er so einen Ruben angepasst. Ach du nicht. Was ist das für ein Armwander? Er könnte auch keinem was. Komm schon, hilf mir Rubens haben. Bleib hier. Bleib hier. Ich komme euch im Room. Wir werden mit dir in Endercon treffen. Ja, ja. Wie ein Arschloch. Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber... Ist die Wahrheit. Weißt du... Was soll ich dazu sagen? Ruben? Woher bist du? Gib mir ein Oink, wenn du mich hören kannst. Hier sind... Schweine Spuren. Ruben? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So. Ruben, ich will nicht hier in der Nacht sein. Hier sind noch mehr... Rufspuren. Die sind definitiv zu einem Päckchen. Hm. Keine Ahnung, Ruben hat sie selbst gemacht. Hm. Da hat er recht. Da ist eine Karotte. Hey Ruben. Ich habe eine Karotte für dich. Wo bist du, Junge? Ich glaube Ruben ist nicht da. Ich glaube Ruben ist nicht da. Blöde Schweine. Blöde Schweine. Büsche suchen. Mann ist... Mensch. Ruben. Wo bist du? Ruben, es ist schrecklich. Ruben. Ruben. Oh nein. Du bist da drin, buddy? Ist da drin? Oh, jezu. Bitte nicht zuerst. Ruben. Jetzt ausgezogen. Okay. Da ist immer noch kein kurzes Zeichen, ne? Das ist gar kein kurzes Zeichen. Da ist gar kein kurzes Zeichen. Das ist auch kein kurzes Zeichen, ne? Oh mein Gott. Ähm. Ich glaube wir gehen weiter, ne? Ruben! Wo ist der bloß? Wo ist Ruben? Wo ist er? 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 Ich glaube... Ich glaube wir sind gut. Oh. Uh. F adelante, F да. Ich glaube wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Ähm... Dann wollen wir mal campen, ne? Weg mit dir! Geh weg, geh weg! Ich geh weg! Oh, falsche Taste gedrückt! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Weg mit dir! Weg mit dir! Drauch! Oh, oh, oh! Das ist gar nicht gut! Ähm... Bleib dicht bei mir! Doch! Ich weiß, es ist schlecht! Ich denke, es ist etwas! Ähm... Bleib dicht bei mir! Ich geh mit dir, du scheiß Spinnen! Geh weg! Geh weg! Danke! Oh... Vielen, vielen Dank! Holy shit! Du warst im Nether? Du warst im Nether? Was? Was? Das klingt verdächtig! Der Mann! 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 Ich bin sicher! Oh, hier gehen wir. Jackpot! Jackpot! Genau! Ähm... Ich glaube... So, ne? Ach, falsch. Komm, Jesse. Wir haben nicht alle Nacht. Ja? Äh... warte. Gucken wir mal das Rezept. Steinschwitz. So. Hm. Es ist so, dass das dein erstes Mal kraften oder so. Ja, ja. Ist es auch. Jawoll. Siehst du? Ist es besser, wenn du es dir selbst machst? Sehr schön. Danke, Petra. Das ist ein Steinschwert. Bunt auf zu. Ähm, aber das... Wir sind ein guter Gewinner. Also, hey, ich bin eine gute Gewinnerin. Aber das ist es. Er bekommt ein Handshake. Und ein... Good build, good build. Nothing mehr, nothing less. Ja. Just... Think about it, okay? Okay. Come on, let's hurry. Remember, was Endercon was like, before it was cool? Remember, was we were like, before we were cool? Hm. Some of us will never be cool. Haha. Ja. Haha. Oh oh. Creepers. Creeper. Ähm. Das ist... Nicht gut. Das ist gar 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 nicht gut. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020